Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ralf Pozzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie mit den Menschen erleben, die sie behandeln. Wir sind mittendrin im zweiten Teil unserer Apotheken Deutschland Ösi-Folge. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist wunderbar, aber ich will noch viel mehr Geschichten aus der Apotheke von den PTAs und den ganzen Apothekerinnen und Apothekern hören, dann könnt ihr direkt im Anschluss an diese Folge weitere Apotheken-Stories hören. Zum Beispiel mit den Notaufnahme-Folgen Apotheken-Chaos in Cottbus, Medikamenten-Malheur in Brandenburg, die nicht-perfekte Reise-Apotheke oder das Apotheken-Battle. Ja, da geht also einiges mit Apotheken-Stories. Jetzt neuer Pillenstoff. Bei mir sind wieder Biene Karbaum aus Tulln. Das ist in der Nähe von Wien in Österreich. Und Angie Heinen aus Kasta. Das ist zwischen Köln und Düsseldorf. Und Angie hat bereits verraten, dass ihr Herz mehr Richtung Köln schlägt. Hallo ihr zwei. Hi. Hallo. Geschichten über schuppige Füße, missglückte Flirt-Versuche am Apothekentresen und pöbelnde Rentner und Rentnerinnen haben wir von den beiden bereits in der letzten Notaufnahme-Folge gehört. Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, dann holt das im Anschluss auf jeden Fall gleich mal nach. Die Folge ist garantiert rezeptfrei. Komplett. Das klingt bei einer Apotheke komisch, oder? Das klingt in der Tat wirklich komisch. Wir reden heute über einen Medikamentenautomaten, der keine Hilfe ist. Über einen Mann, der stillen will. Und ich habe jetzt schon ganz viele Fragezeichen. Und dann wird eine Apotheke fast abgefackelt wegen der Mittagspause. Tolle Mitarbeitende da. Super. Biene, bei dir gibt es in der Apotheke einen Medikamentenautomaten. Ist das jetzt was typisch österreichisches oder gibt es das auch in Deutschland? Nein, das gibt es auch in Deutschland. Andi arbeitet auch mit einem zusammen in einer Apotheke. Und bei mir war es in der vorigen Apotheke, also in der ich zuerst gearbeitet habe. Und ja, eigentlich soll es eine Arbeitserleichterung sein, dass man auch mehr Zeit mit dem Kunden verbringt und sich mit dem unterhalten kann. Aber wenn immer wieder Störungen sind und man dann leider nach hinten gehen muss, den Kunden vorne stehen lässt, um dann die Medikamente im schlimmsten Fall per Hand rauszuholen, ist es eigentlich keine Arbeitserleichterung. Das macht mehr Arbeit. Musstest du auch schon mal in diesen großen Automaten reinkrabbeln, weil irgendwas nicht rauskam? Ja, da muss man den Arm verstellen, da muss man auf eine Leiter hochklettern und dann die Packungen, die schief liegen, muss man dann runterholen und ja. Das wäre mir so eine Horrorvorstellung. Da denke ich ja immer, jetzt hat mir der Arm abgetrennt, so Chucky-mäßig irgendwie rein ins Gerät und dann kommt da so eine fiese Killerpuppe und bedient da irgendwie die Knöpfe und dann wird der Arm abgehackt oder so. Also in Geräte reingehen mag ich ungerne, also gerade so mit Händen und so, weil ich hasse diese Pfandautomaten halt auch. Wenn es jemals heißt, die KI wird uns auslöschen, solange der Pfandautomat das niemals hinkriegt, meine Pfandflaschen entgegenzunehmen, habe ich keine Angst vor KI. Aber mitunter musst du da ja auch so reingreifen, weil ganz hinten, Flasche wird nicht erkannt, Abbruch und nicht immer kommen die wieder nach vorne rausgeschossen, dann bleiben die da hinten. Und ich denke mir natürlich, also diese neun Cent, die will ich jetzt noch mitnehmen und dann krieche ich dann auch in diesen Pfandautomaten rein, der riecht wie drei Jahre Oktoberfest, Biertisch und das ist nicht schön auf jeden Fall. Also ich habe da immer so ein bisschen Respekt vor diesen Geräten. Also ja, es ist schon ein komisches Gefühl, aber man muss vorher einen Notknopf drücken, also dass da eben kein Strom mehr ist, dass der wirklich ausgeschaltet ist und dann kann man die Türe öffnen und darf reingehen. Und wenn man das jetzt vergisst, dann kann man zerkleinert werden. Das glaube ich nicht. Naja, im schlimmsten Fall, vielleicht kommt der Arm auf einen zu, ja, dieser Greifarm, aber ich glaube, man bringt die ganze Technik durcheinander und hinterher geht vielleicht gar nichts mehr und die kosten ja nicht gerade wenig, diese Automaten. Ich glaube, dafür möchte man nicht verantwortlich sein. So direkt gefeuert. Angie hat bestimmt schon irgendwelche Partys in diesem Automaten gefeiert, oder? Auf gar keinen Fall, nein. Nein, ich habe auch Respekt vor diesem Automaten. Ja, sehr langsam. Das Problem ist ja, der sortiert ja auch alles selber ein und zwar nicht schön alphabetisch, sondern so, wo es ihm passt. Das heißt, es ist auch gar nicht so einfach, da was rauszuholen kann. Ja. Das ist schwierig. Es wäre halt auch ganz gut, dass du die Finger da nicht so weit reinsteckst, weil bei dir könnte auch mal die Apotheke in Flammen aufgehen. Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte. Wir haben mittags immer, also die Apotheke ist schon, Biene, wie alt ist die Apotheke? 50 Jahre mindestens, ne? 50, 60 Jahre. Ich glaube sogar noch älter, ja. Und so lange hängt im Labor ein Trockenschrank, den man dazu benutzt hat, früher um so Reagenzgläser und sowas zu trocknen. Für was anderes ist er nicht gemacht und nicht zugelassen, aber man kann wundervoll Nudeln mit Käse überbacken in dem Schrank. Nein, das darf man natürlich nicht, aber das klappt super. Man muss es auch gleich wieder mit Käse sein, Hauptsache es wird gleich wieder eklig. Nein, nein, gar nicht. Auf jeden Fall habe ich dann, wie so üblich, das schon mal reingeschoben, war noch eine halbe Stunde Zeit bis Mittagspause und habe gedacht, super, dann ist um Punkt, halb eins ist alles mit Käse überbacken. Ich habe das schön angemacht, wie immer. Und dann bin ich nach vorne, habe Kunden bedient und auf einmal habe ich gesehen, dass es irgendwie qualmt. Und dachte schon, oh, oh blöd. Dann habe ich erst mal der Kollege gesagt, Nora, guck mal, irgendwas qualmt. Und sie ist dann von hinten aber zur Küche gelaufen und hat geguckt, ob da was qualmt. Da qualmt aber nichts. Und dann habe ich nur noch gerufen, oh, ich glaube, das ist im Labor. Mein Kunde war aber schon ganz ungeduldig. Es kam aber mittlerweile schwarzer Rauch so durch die ganze Apotheke. Und dann habe ich der Chefin Bescheid gesagt. Sie habe gesagt, ich glaube, es brennt. Kannst du bitte mal gucken? Und auch die Sicherungen rausmachen. Und dann ist sie gekommen, hat das Licht ausgemacht. Und ich habe den Kunden weiter bedient, weil die waren schon ganz ungehalten, dass ich so lange mich noch aufgehalten habe. Das stimmt, die pöbeln ja immer alle gleich bei dir. Auf jeden Fall hat mein Kunde sehr arg gepöbelt, weil ich zu lange gebraucht habe dann. Aber es qualmte halt schon alles. Und dann haben wir es dann aber noch geschafft, den Stecker zu ziehen von diesem Trockenschrank. Und dann in dem Moment gingen alle, wie heißen diese Dinger, die so piepen, Rauchmelder an. Das war irre laut, irre laut. Und die haben wir dann versucht, erstmal stillzulegen. Und zwar haben wir die mit einem Besen runtergekloppt, damit wir diese Geräuschkulisse nicht mehr haben. Und dann haben wir überlegt, weil wir können, wenn wir jetzt die Feuerwehr anrufen und da ist in unserem Trockenschrank ein Auflauf, schlecht, ganz schlecht, müssen erst den Auflauf da rausholen. Und das haben wir dann todesmutig unter fast Rauchvergiftung geschafft und haben dann erst die Feuerwehr angerufen. Und die sind dann auch gekommen und haben das ganze Dorf, das ganze Dorf ist ja auch bei der Feuerwehr, ist ja klar. Und die sind dann mit Atemschutz und allem Möglichen reingekommen und so, ja, was ist denn passiert? Und wir so, ja, wir haben ein paar Gläser getrocknet im Trockenschrank und dann hat er angefangen zu quämen. Aber es riecht nach Käse. Ich habe alles versteckt. Ich habe alles versteckt. Und dann meinte der Feuerwehrmann zu mir, ja, so einen Schrank haben wir auch. Da machen wir immer unsere Bockwurstchen drin warm. Und ich, nee, 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 sowas machen wir nicht. Also zukünftig lieber die Wurst statt überbackenen Käsenudeln-Kram da, ja? Ja. Das scheint besser zu gehen. Ja, da hatten wir echt Angst. Also ja, der Schrank hängt jetzt auch wieder da, aber wir werden ihn nicht mehr benutzen zu überbacken. Wir haben uns einen kleinen Backofen jetzt gekauft. Na, immerhin. Danke, dass du die Apotheke nicht abgefackelt hast. Dieser Trockenschrank, ist das so eine ganz komische Bürokratiebestimmung, die dir das Leben zur Hölle macht? Nein, der Trockenschrank nicht. Der muss zwar da hängen, aber der ist es nicht. Aber das andere, was wir haben, ist ein, ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie dieser Schrank nennt. Wir haben den immer Sakrophag genannt. Das ist so ein feuerfester Schrank auf jeden Fall für brennbare Flüssigkeiten. Lustiger wäre es ja auch, wenn du nicht Sakrophag sagst, sondern Sakrotanphag oder so. Fast mehr in die Apotheke. Das stimmt. Die lustigen Versprechen. Ja, auf jeden Fall, dieser tolle Schrank, der hat eine besondere DIN-Norm und die sagt aus, wie lange der Feuer standhalten kann. Witzigerweise stand er quasi fast direkt neben diesem Trockenschrank, der dann gebrannt hat. Er hätte beinahe sehr viel standhalten müssen. Beinahe hätte er beweisen müssen, was er kann. Wolltet ihr das testen? Nein. Die DIN-Norm hat gesagt, der hält, ich glaube, anderthalb Stunden hält der dem Feuer stand. Das hat diese DIN-Norm gesagt. Und dann wurde jetzt die DIN-Norm geändert. Und jetzt kann er nur noch 20 Minuten dem Feuer standhalten. Aber laut Apothekenbetriebsordnung muss er 30 Minuten dem Feuer standhalten. Also muss man einen neuen Schrank kaufen. Also nochmal, das ist so typisch deutsch. 100 Jahre lang gibt es die DIN-Norm. Und daraufhin wurden die Geräte so irgendwie auch abgestimmt, getestet und so weiter. Hat der auch immer alles hingekriegt, dieser Schrank. Und jetzt hat sich irgendein Beamter gedacht, geil, wir ändern die DIN-Norm. So. Ja. Und jetzt erfüllt auf einmal dieser Schrank, der das ja eigentlich erfüllen würde, nicht mehr die neu gesetzte Regelung. Und deswegen müssen jetzt alle tolle neue Schränke kaufen. Die auch deswegen wahrscheinlich extra hergestellt werden müssen, weil es diese neue tolle DIN-Norm in Deutschland gibt. Jawohl. So sieht's aus. Da verdient die Industrie. Und so ein Schrank kostet ja mal locker ein paar Hunderte, also wenn nicht sogar ein paar Tausende. Das ist ein schönes Bürokratiebeispiel aus Deutschland, so der Klassiker. Ja, das ist der Klassiker. Da haben wir erst gedacht, dass dieser Mann uns verarscht, weil wir dachten, das kann ja nicht sein Ernst sein. Und jetzt sind wir ja in Österreich. Ist das da genauso kompliziert mit den bürokratischen Vorschriften? Nein, nicht das, was ich mitbekommen habe. Bei uns gibt es keine neue Verordnung, dass ein Schrank plötzlich nur noch 20 Minuten dem Feuerstand hält und deswegen ein neuer Schrank gekauft werden muss. Nein. Jetzt hat man doch sehr schön gehört, woher du eigentlich nochmal herkommst, weil du eben gesagt hast, Verordnung. Verordnung, weißt du, wie wir. Verordnung. Ja, man kann es nicht leugnen. Ist diese Bürokratie in Deutschland also im Vergleich zu Österreich einfach abartig? Total. Ja, da kann ich auch noch kurz was zu erzählen zu den E-Cards, die jetzt in Deutschland ja eingeführt worden sind. Also ich meine, die gibt es ja schon länger, aber die Aktivierung der E-Rezepte, das gibt es in Österreich schon sehr viel länger und in Deutschland ging das ja bisher nicht aufgrund der Datenschutzbestimmungen. Es hat ein bisschen länger gedauert als in Österreich. Hier läuft das alles schon ein bisschen länger. Unkomplizierter. Also ich meine kompliziert auch, aber da war dann die Bestimmung unkomplizierter, dass das eben funktionieren darf. Und hier läuft es natürlich auch gar nicht rund, ne? So ein unausgereiftes System irgendwie. Jetzt müssen wir einfach alle nach Österreich auswandern. Dann ist bleibt uns nichts mehr übrig. Das wäre wohl am besten. Nimm deinen komischen Käsenudelschrank mit. Dann kannst du da auch wieder Bockwürste drinne grillen. Genau, kommst du mir in die Apotheke. Ja. Gibt es denn bei euch auch dieses QMS-Zeugs? Was wir, da müssen wir ja auch immer Fotos. Man muss jedes Jahr einen Umriss, oder ich weiß nicht, alle zwei Jahre umpräqualifiziert werden, einen Umriss der ganzen Apotheke zeichnen. Dann muss man von allem Fotos machen, auch von der Toilette. Und die muss auch eine spezielle Höhe haben, die Toilette. Und da muss man mit einem Lineal, muss man das beweisen, dass die so hoch ist. Und zwar jedes Mal muss man die gleiche Toilette wieder beweisen, dass die wirklich so hoch ist. Dabei werden die ja auch nach einer bestimmten Normhöhe gebaut. Ja, es könnte ja sein, dass sich das gesenkt hat durch Rhein-Bauern zum Beispiel. Ja, kann sein. Du setzt dich da immer drauf und irgendwann, ne? Ja. Man muss auch die Höhe der Wände und dann muss man genau erkennen, wo die Wand und die Decke berührt. Das muss alles auf die Fotos drauf. Und in Österreich geht man einfach so in die Apotheke und abends verlässt man sie wieder. Eher richtig. Ja. Irgendwie kommt mir das gerade so vor, ja. Es ist ein bisschen einfacher, hier zu arbeiten. Ich finde auch die Verordnung interessant, dass du mit einem Lineal an der Toilette haltend ein Foto machen musst. Also das ist wie so eine Entführung. Man muss die Höhe dokumentieren. Die Tageszeitung mit dem aktuellen Datum. Und so, und alle paar Jahre... Ja, das aktuelle Datum, das aktuelle Datum muss drauf sein. Also dann musst du ja eine Zeitung daneben legen quasi. Oder wie macht ihr das mit dem Datum? Ich habe zu meiner Chefin gesagt, du musst eine Zeitung daneben halten, genau damit du das aktuelle Datum hast. Nein, man muss halt ein digitales Foto machen, wo drin steht, also da ist ja dann unten schon mal eingeblendet, welches Datum. Und zwar in das Allergeilste. Die Behörde verlangt es mit dem digitalen Datum und es selbst überhaupt gar nicht digital. In keiner Form. Ja. Es klingt ein bisschen wie in einem Mickey-Maus-Comic. Es klingt wie, es ist einfach Eiwein, aber damit beschäftigt man sich ja den ganzen Tag mit sowas. Auch mit den Rezepturen. Was mir da... Also eine Rezeptur zu machen, eine Salbe, die du auf dem Rezept hast, das dauert zehn Minuten, die herzustellen. Es dauert aber über eine Stunde, die zu dokumentieren. Weil die Amtsapothekerin verlangt, dass wir zum Beispiel, wenn dann steht, ich sage jetzt mal Clotrimazol, das ist ein Wirkstoff gegen Pilz, ein Prozent Triamcinolon, 0,1 Prozent Ad-100 mit einer Creme, dann muss ich eine schriftliche Rechnung dazu anfertigen, wie viel denn ein Prozent von 100 ist. Das muss ich schriftlich ausrechnen. Ich muss alles dokumentieren, alle Chargen, alles, was ich eingewogen habe. Ich muss ein Herstellungsprotokoll machen, also das dauert ewig lange. Ob sich die Substanzen miteinander vertragen in der Grundlage? Ja. Das ist ja anders. Ich darf einfach die Creme so rühren, wie sie auf dem Rezept steht. Ich muss nichts prüfen. Du wirst eigentlich in einer Minute fertig damit und alle werden zufrieden, aber wegen dieser ganzen deutschen Verordnung und was du noch alles in irgendwelche Tabellen und zweimal kopiert irgendwo eintragen musst, dauert es natürlich eine Viertelstunde und im Hintergrund pöbeln wieder alle, weil es so lange dauert. Ja, so ist das. Und manchmal auch zu Recht, die Leute haben einen krassen Hautausschlag, wollen ihre Salbe haben und ich sage, das dauert bis morgen Abend, weil ich so viel ausfüllen muss. Ich muss ja auch die Sachen, die reinkommen, also ich bestelle Sachen von einer Firma und muss in der Apotheke die Identität nachweisen. Das muss ich mit einem IR-Gerät machen, also ich muss Infrarotspektroskopie machen, um nachzuweisen, dass es wirklich die Substanz ist, die ich bestellt habe, die geschlossen ist und auch ein Prüfzertifikat draußen anhängen hat. Das muss ich nochmal nachweisen. Musst du das auch, Biene? Ich selber nicht, aber das muss grundsätzlich hier auch gemacht werden, ja. Okay. Wahrscheinlich die österreichische Apotheke verkauft auch ohne Probleme Koks und so. In der Nähe von Wien sowieso wahrscheinlich praktisch gelegen da und alles ganz easy bei euch. Ja, hier gibt es auf jeden Fall in Wien und so weiter in der Umgebung CBD-Automaten. Als Tropfen, als keine Ahnung. Und in Geschäften auch, also hier gibt es auch Stores, wo man CBD kaufen kann. Ist ja nicht das THC, also es ist ja nicht das, was dann süchtig macht. CBD ist ja ein Bestandteil vom Cannabis, der nicht süchtig macht, der aber eben auch die schmerzstillende Wirkung haben soll, entzündungshemmend sein soll, bei Schlafstörungen, also bei verschiedenen Problemen hilfreich sein kann, aber eben nicht abhängig macht. Und THC, der andere Bestandteil, das ist der, der eben auch rezeptpflichtig oder auch sogar betäubungsmittelpflichtig ist. Und CBD ist in Österreich legal, also kann man auch in Tropfenform kaufen, auch in Apotheken, aber es gibt eben auch Stores in größeren Städten. Und in Deutschland ist es aber, glaube ich, noch nicht legal, oder? Habt ihr das auch in der Apotheke? Es ist so eine Grauzone. Nee, also es ist eine Grauzone. Es durfte ja mal zeitlang auch in Drogeriemärkten verkauft werden und nicht in Apotheken. Und ich glaube, das ist jetzt tatsächlich wirklich von Ortschaft zu Ortschaft unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Wegen den Bestimmungen. Wegen den Bestimmungen, genau. Obwohl, es gibt noch nicht mal Studien, die beweisen, dass es überhaupt eine Wirkung hat. Was es auf gar keinen Fall hat, ist halt eine berauschende Wirkung. Deshalb, man weiß nicht, Bürokratie. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Cannabis der folgende Kunde so intus hatte. Auf jeden Fall interessant, was dieser Mann so Nichtmännliches machen wollte. Ja, das war bei mir. Und zwar hatte ich einen Herrn, einen jungen Vater, gerade Vater geworden. Und der wollte gerne auch das tiefe, innige Erlebnis des Stillens erfahren. Ja, und hatte wohl von irgendwas gelesen, was man sich umhängen kann, damit er das auch dann machen kann. Und erst mal, mein Instinkt war zu lachen, dass es eigentlich ein Witz wäre, aber das war kein Witz. Und tatsächlich haben wir dann so eine Vorrichtung im Internet gefunden. Also die Frau muss dann wohl die Milch abpumpen, dann in Fläschchen füllen. Und der Herr bindet sich ein Gestell um und kann dann die Fläschchen reinstecken und dann stillen. Ich weiß nicht, ich fand es sehr, sehr gruselig. Ganz viel Kopfschino. Ich fand es gruselig, ja genau, weil ich habe es jetzt auch wieder vor Augen. Ich habe den Herrn vor Augen und wie er sich dann wahrscheinlich dieses Gestell umbindet. Aber er wollte halt diese innige Bindung auch erfahren, die sonst nur seiner Frau vorbehalten gewesen wäre. Ich überlege gerade, es ist ja auch nicht Arbeit abnehmen, weil abpumpen ist ja auch nicht so schön, auf jeden Fall. Das dauert auch. Das dauert auch mit so einer Milchpumpe. Also da sitzt die Frau schon eine ganze Weile da, bis so ein Fläschchen voll ist. Und dann sind die Kinder dann ja auch eventuell sehr aktiv oder sind alle drei Stunden wach und man möchte ja vielleicht diese halbe Stunde anders nutzen. Vielleicht. Und dann hast du ihm das bestellt aus dem Internet? Ja, ich habe ihm das bestellt und das hat ihn auch wirklich glücklich gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob er das komplette Stillen dann übernommen hat. Das weiß ich nicht. Das wollte ich dann auch gar nicht mehr so ganz genau erfahren, weil ich fand es schon, ich fand es ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Also ich meine, Männer können ja durchaus auch ein Fläschchen geben, aber dass man sich dann sowas, ich weiß nicht, könntest du dir das denn vorstellen? Du bist ja auch ein Mann. Ja, ich kann mir das total gar nicht vorstellen. Also ich überlege auch gerade, weil also ja, das ist eine ziemliche Ego-Nummer eigentlich, finde ich. Also es ist nicht irgendwie unterstützen nach der Geburt, es ist ganz wichtig, dass du das machst als Familie, Mann und Frau, finde ich. Aber das hilft ja nicht. Also es macht ja eigentlich mehr Arbeit, es ist unangenehmer für die Frau, abpumpen und so weiter. Und das ist ja auch komisch für das Kind, also was vermittelt es dem Kind? Das wird man später in der Therapie herausfinden. Wenn das Kind dann sagt, mein Papa hat mich gestillt. Wir gehen noch mal tiefer in ihre Kindheit zurück. Ich meine, heutzutage ist alles möglich, aber... Ich habe es immer gedacht, aber okay, wir haben das jetzt durch existiert, die Mutter ist mal nicht schuld. Es ist der Vater. Es ist am Ende der Vater gewesen, so. Genau, wegen der Stillmaschine. Mehr Psychomörder dank Stillmaschine. Wie heißt denn das? Heißt das auch schon Stillmaschine? Das klingt ja auch schon so gruselig. Wie heißt das Ding? Ich habe gar keine Ahnung mehr. Ich habe jetzt im Zuge der Vorbereitung noch mal versucht rauszufinden, wie es heißt. Aber ich bin dann auf sehr komische Seiten gekommen und ich habe es auch nicht wiedergefunden. Ich bin der Meinung, es wäre etwas von Medela gewesen, aber... Vielleicht ist es vom Markt genommen worden mittlerweile. Vielleicht. Jetzt muss ich einfach noch mal kurz googeln hier, was wir da finden, weil das will ich jetzt sehen. Und ich finde, Mr. Milka, jetzt können auch Männer stillen. Ja, fast fünf Sterne gekriegt hier von fünf möglichen Sternen. Aber das sieht doch aus wie... Siehst du? Gag kommt wohl aus den USA. Geschenk für Babypartys. Ah ja. Heute feiern Männer auf der ganzen Welt steht hier die Ankunft eines Paradigmenwechsels bei der Ernährung von Neugeborenen. Okay, also dann kann sich der Mann das hier umlegen. Das ist der Bildungsauftrag dieser Folge auch erfüllt. Aber das ist hier mehr als Gag, also... Ja, aber es gibt es, also es gab es zumindest, wir haben es bestellt und es war gruselig. So, dann habe ich noch was anderes gefunden und das gibt es für abartig viel Geld auch. Und da kann man auch wieder sagen, je teuer, desto besser, desto mehr können die Männer untereinander angehen, dass sie natürlich das fettere, geilere, teurere, schönere Gerät geholt haben. Ja, es gibt tatsächlich alle möglichen Arten von Männer können jetzt dann auch mit der abgepumpten Muttermilch die Babys stillen, so wie es halt irgendwie einigermaßen vom Stillprozess her möglich ist. So, sehr interessant. Okay, würde mich immer interessieren, ob ihr so eine Milchpumpe verwenden würdet, liebe Männer. Und dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare bei eurer Lieblings-Podcast-Plattform mal posten. Geht zum Beispiel bei Spotify. Finde ich mal interessant, wer würde eine Männermilchpumpe für die Babys benutzen? So, und mit diesen gruseligen Bildern sind wir fertig für heute mit der Notaufnahme-Folge. Vielen Dank für eure interessanten Einblicke, auch gerade für die Bürokratie, die in so einer Behörde herrscht, zumindest in Deutschland. Also liebe Grüße nach Österreich, liebe Grüße zu dir, Biene. Danke schön. Danke, Biene, danke, Angie, für eure PTA-Geschichten. Und ihr könnt euch ja noch mehr Apotheken-Stories anhören. Dann, das könnt ihr bei einigen Notaufnahme-Folgen machen, einfach mal den Suchbegriff PTA oder Apotheke eingeben. Da findet ihr dann einiges. Und auch im Notaufnahme-Buch gibt es natürlich Notaufnahme-Geschichten zum Lesen. Auch sehr lustig, das Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt oder mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Dann euch noch viel Spaß in der Apotheke. Ich bin mir sicher, wir werden uns bald mal wiederhören, ihr beiden. Gerne, gerne. Danke für die Einladung. Es war sehr, sehr schön. Es hat Spaß gemacht. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei RTL Plus, Amazon Music und Podbean. Ich bin Ralf Potzlos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wiederhört, ob nun mit oder ohne Männermilchpumpe. Äh, Ralf, hier ist ein Paket für dich gekommen. Deine bestellten Brustwarzenwärmer sind da. Ah ja, vielen Dank für die Info. Das nächste Mal vielleicht nach der Podcast-Aufnahme. So, Mensch, ach guck, da fällt mir auch noch was ein. Notaufnahme macht jetzt Sommerpause. Das finde ich aber gar nicht witzig, Mann. Sorry, aber meine Beinchen sind noch ein bisschen blass. Die muss ich noch etwas in die Sonne halten. Ihr habt dennoch viel Hörstoff mit den lustigsten Patientengeschichten. Über 125 Folgen. Ja, kann man den ganzen Urlaub durchhören, wenn man möchte. Hört doch zum Beispiel mal in die Folge rein, was für eine Sauerei NRW. Ja, da habe ich schon fast wieder alles vergessen. Da gibt es auf jeden Fall die sensationelle Geschichte mit den Mandarinen im Po. Das Ganze auf Koks. Ja, und wisst ihr auch noch, was Muschimützen sind? Dann hört mal die Folge Spaß im Schockraum an. Und die größte Urinfontäne aller Zeiten, die gibt es in der Folge sehr intensiv, Trier. Ja, das ist sehr intensiv. Einfach mal in alte Notaufnahmefolgen hören. Ich glaube, damit kommt ihr dann gut durch die Ferien und durch die Sommertage. Viel Freude und bis bald. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de Und nächstes Mal hört ihr... Mein Auto ist eigentlich Saphir-Schwarz. Und ich wollte aber was anderes daraus machen und habe mir überlegt, was könnte man da machen. Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden, das Auto folieren zu lassen wie die Polizei. In dem Blau, in dem bestimmten Gelb und die ganzen Streifen, die die halt drauf haben und so. Alles original. Aber etwas ganz Entscheidendes fehlt bei diesem Auto. Ja, die Seitenstreifen sind zwar da, aber die dürfen nicht reflektieren. Und was steht bei dir an der Tür dran? Da steht ja nicht Polizei. Nein, an der Tür steht Tatütata und vorne auf der Motorhaube NRW und dann meine Postleitzahl. Deswegen bist du die Tatütata-Frau, ja. Ja, genau. Herzlich Willkommen bei Notaufnahme. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von PotEver.